Heute habe ich sie da. Mir ist es heute überhaupt nicht gut. Letzten Aufnahmen der Frauenprobleme. Jetzt habe ich wieder irgendwas Falsches gegessen. Mein Magen macht mich fertig. Ich müsste jetzt auch hier 10.000 Mal drin schneiden. In dem Let's Play. Wird wahrscheinlich gleich noch ein paar Mal schneiden müssen. Wenn ich einfach aufs Klo rennen musste. Ja. Manchmal kann man die nicht kaufen, sondern nur finden. Die Dinger. So, jetzt dürfen wir beide aufgemacht haben. Dann laufen wir jetzt mal zu Salina und sagen, wie ihr beschreibt. Und dann haben wir sowieso nichts anderes vor. So. Oh, das kommt schon hinterher. Gut, dass ich jetzt nur noch ein 27p aufnehme, dann... Ist das nicht so schlimm, wenn ich dann mitten in der Aufnahme ganz schnell wegrenne. Oh. Hallo? Du. Verstecktes Holzfass. Rosti-Nägel und ein paar Nüsse. So. Und ab zu Salina unten. Auf geht's. Beim... Wie jetzt weiß ich es gar nicht mehr. Bei der Kathedrale. Unterwegs. Wie auch immer die nochmal hieß. Oh, da sind die drei Idioten wieder. Soll ich schleichen? Was wollt ihr schütteln? Wir denken uns ein neues, ehrliches Spiel aus. Ja, ja, wir bleiben nützig. Auf geht's. Soll ich euch glauben? Der Nasener. Fällt mir sehr schwer, das zu glauben. Auf geht's. Ist auch noch so die Truhe hier. So. Ist eigentlich der Vorrat der Händler aus, den wir hier immer stibitzen. Man weiß es nicht. Oh, wo ist denn Salina? Salina ist gar nicht hier. Schau mal einer an. Wen haben wir denn da? Ich hoffe, diese nichtsnutzige Drano schmurt noch schon lange im Verlies der Stadtwache. Wenn ihr euch da mal nicht zu früh freut, aber mal etwas anderes, könnt ihr mir vielleicht sagen, wo Salina ist? Sie ist unterwegs und muss noch einige Sachen erledigen, bevor die Feierlichkeiten beginnen. Ah, und noch etwas. Bitte richtet Salina aus, dass Drano wieder ein freier Mann ist. Was? Bei allen tausend. Äh, aber sicher doch. So. Jetzt haben wir den Quest Salinas bitte abgeschlossen. Schauen wir uns hier noch ein bisschen um in der Stadt. Ah, der hat wohl der Mann irgendwas vergessen. Was die Frau nicht so besonders erfreut. Gibt's einen Crema und wieder eine verschlossene Truhe, um die wir uns kümmern können? Mach' ich! Mach' ich! Willkommen beim Crema Rappelbusch! Vom... Alles. Okay. Aber nichts von der Sache, wo ich hab' So. 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 Oh. Wie ich sehe, ist euer Bär entkommen? Ihr seht es ja. Normalerweise ist Tottel ja ganz friedlich. Aber jetzt, er hat sich von seiner Kette losgerissen und ans Wasser gerannt. Nun lässt er niemanden an sich ran und beobachtet die Fische. Ihr hört gar nicht auf mich. Wollt ihr es nicht mal versuchen? Naja, dann versuchen wir es halt mal. Och, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Vielleicht könnt ihr ihm gar gut zureden. Oder kennt ihr gar einen kleinen Zauberspruch? Mir wird schon etwas einfallen. Aber ihr dürft ihm kein Haar kommen. Tottel ist eigentlich ganz harmlos. Ich bitte euch, seid schön vorsichtig. Ja, sind wir dann auch. Sind die Sachen hier regeneriert worden? Oder habe ich die echt alle noch nicht eingesammelt? Ich weiß es nicht. Was hat der hier? Nur Holz anscheinend. Wolzenspitzen, Knüppel, Kurzbogen. Der Nase nach. So. So. Soll ich schleichen? Lasst das mal vor, Grimm. Oh. Na, so geht es auch. So. Keine Anleitungen verfügbar. Ich versuch mein Bestes. So, jetzt schauen wir uns mal den Dings an. Der entflohene Tanzbär besänftigt den Bären. Abgeschlossen haben wir. Äh. Das Haus? Nee, hier. Der Unglücksrabe. Und Salinas. Bitte Drano befreien. So. Ja, wir haben ja dieses, äh, besänftigen von Tieren. Mal gucken, vielleicht, äh, kommen wir damit ja weiter, bei den Bären. Na, Zottel. Kann ich erst mal ansprechen. Tierkunde, Shaiyari, Eisbüte. Nun sei doch nicht so böse zu mir. Ich will doch nichts tun. Hm? Hier, sie zu meine Hände. Die tun nichts. Ei, fein, so ist rechts. Du bist dein lieber, Zottel. Komm, gehen wir zurück zu deinem Herrn. Ihr habt es geschafft. Ihr habt es geschafft. Wunderbar. Ich danke euch vielmals. Wirklich. Ihr solltet in Zukunft besser auf Zottel achten. Nicht, dass das nochmal passiert. Gewiss, gewiss. Ich werde gut aufpassen. Nicht wahr, Zottel? So. Da haben wir auch wieder einen Menschen glücklich gemacht mit einer kleinen Aufgabe. So. Hier überall in der Stadt sind noch Sachen zum Einsammeln da. Ja, ich weiß, dass ich hier abgeschlossen habe, Mensch. Wo ist er denn? So. Ah, okay. Wir sollen die Möben jagen unter dem Ding da. Ja, dann gehen wir jetzt erstmal nochmal zurück in unser Anwesen und gucken da nach dem Rechten und danach schmeißen wir uns dann in den Möben zum Fraß vor. Ich glaube, wir hatten das schon mal versucht, aber die waren mir zu stark oder so. Oder ich weiß nicht, vielleicht habe ich es dann doch nicht gemacht. Auf jeden Fall sammeln wir jetzt hier erstmal noch ein bisschen Kraut. Das ist Kraut ein. Wenn wir schon dran vorbeilaufen. Ganz entspannt. Das ist ja momentan nichts Ernstes. Drano ist wieder frei. Bei den Morden tut sich auch nichts. Da haben wir ja schon ganz viel ermittelt. Da kann man ein bisschen in der Stadt rumchillen. So. Aha. Da hat sich noch eine Truhe versteckt. So eine Barrikade hier. Ich habe... Ich habe... Elori hatte die Gladys zum Bogenkämpfer gemacht. Und ich hatte letztes Mal jetzt die Wurfexte ausprobiert. Erstmal wollte ich nochmal gucken, was Drano nochmal so für Eigenschaften hatte. Ja, und bei Bogen müsste man halt Pfeile machen. Bei dem Wurf muss man halt immer die Wurfpfeile neu kaufen. Ja. So. So. So hat es natürlich nicht funktioniert. So. Dann schauen wir uns jetzt gleich erstmal die Werte von allen an, bevor uns dann in die nächste Quest stürzen. Zu Diensten. Zu Diensten. Diensten. Ähm. Ähm. Auf geht's. So, dann. Auf geht's. Der Nasenl. Dein Drano müsste irgendwo oben rumhängen. Auf geht's. Der Nasenl. Der Nasenl. Auf geht's. Unterwegs. Ich hoffe, Salina geht es gut. Ein bisschen Sorgen mache ich mir schon, um sie so alleine zu lassen. Von mir will sie ja nicht mehr beschützt werden. Na? Wie kann euch der gute Drano aus der Patsche helfen? Ich würde euch gerne ein paar Fragen stellen. Sicher. Euch bin ich doch gerne behilfet. Erzählt mir mal über euch und Salina. Als galanter Liebender hülle ich mich, was diese Angelegenheit belangt, in Schweigen. Ähm. Nur so viel. Sie ist das wundervollste, liebreizendste und zerblichste Wesen von ganz Aventurien. Mhm. Das hört sich ja sehr verliebt an. So. Ich merke gerade hier die Schnur, ist um das Mikro des Headseats gedreht. Das ist natürlich nicht so toll, obwohl ich das Mikro ja gar nicht benutze. Sicher. Euch bin ich doch gerne als galanter Sicher. Ach so, da kommt das gleiche nochmal. Ich bin Drano von Belhanka. Edler von feinstem Geblüt. Ja, die richtige Geschichte wäre mir lieber. Äh, Verzeihung. Ich habe mich schon so an die Rolle gewöhnt. Ich bin eigentlich kein Horasier, auch wenn ich mir redlich Mühe gebe, wie einer aufzutreten. Ich bin Drano aus Grambusch, einem kleinen Ort unweit von Gareth. Nun, das Leben dort gab mir nicht viel und ich hatte einfach andere Talente als Viehzucht und Ackerbau. Und bevor ich Ärger mit dem Büttel bekommen würde, bin ich nach Gareth aufgebrochen, um dem Diebeshandwerk nachzugehen. Fex meinte es gut mit mir und ich bin bis heute immer mit einem blauen Auge davon gekommen. Ja, mal eher mal weniger blau. Sicher. Euch bin ich doch gerne behilflich. So. Das war alles. Ich versuche mein Bestes. Wartet mal hier auf mich. So. So. So, jetzt habe ich ihn in meine Gruppe genommen. Jetzt können wir die beiden vergleichen hier. So. Sie hat die Kette und Feilschen schon ganz hoch und Aschendiebstahl und der hat gerade mal 50 Punkte. Folgt mir. Folgt mir. Mhm. Na klar. Hört Schlösser knacken und fallen in Scherpen. Aber eh habe ich alles möglich schon hochgeskillt. Sie ist ja auch schon eine Stufe höher. Alles klar. Hätte ja auch schon viel mehr Abenteuerpunkte. Mhm. Also es nimmt die sich auch ziemlich gleich beide Fechtwaffen. Alles klar. Das bin ich. Ach, er hat sogar auch Wurfwaffen auf 8 geskillt. Das hatte ich bei ihr ja hochgeskillt jetzt. Bei ihm kann er sogar noch höher skillen. Na klar. Bei ihr irgendwie nicht. Ich weiß nicht, die fällt mir halt immer so schnell um. Ich weiß auch nicht, warum. Hat sie wenigstens schon 31 Lebenspunkte. Wahrscheinlich auch, weil die jetzt so eine viel geringere Selbstbeherrschung hat. Als der Zwerg. Hm. Folg mir. Naja. Können die Selbstbeherrschung etwas höher machen. Das ist gleich mit den Wunden hat das zu tun. Das ist große Schmerzen zu widerstehen. Können wir bei uns auch mal was höher machen. Würden wir auch nicht immer sofort umfallen. Folg mir. Folg mir. So. Ähm. Ja, aber Drano schicke ich doch wieder weg. Was hast du denn mit dem Innentar, Drano? Hast du da irgendwas wichtiges? So. Na, nun gut. So. So. Dann bleibt dran, doch gleich da wieder stehen. Und dann gehen wir mal durch den Garten. Hallo, Katze. Und hier sind auch wieder ein paar Kräuter zum Abholen. Ja, desto mehr Sachen wir jetzt hier auch einbauen in unser Haus, desto weniger müssen wir draußen rumlaufen. Sozusagen. Jedenfalls in so Sachen produzieren und so. So. Dann kann man jemandem Heilkunde-Wissenstalente mal überlegen, wo man das nochmal war, wo man das jemandem beibringen konnte. Also, das wollte ich ja jemand anderem auch beibringen, weil das dann immer so viel ist, wenn ich das alles mit einem Charakter erledigen muss. So. Und ich glaube, diese Schlagresistenz zu erhöhen, die bringt auf jeden Fall einiges. So. Dann nehmen wir den Vorkum wieder mit. Gucken wir mal, dass wir bei ihm steigern können. Dann nehmen wir den Vorkum wieder. Hm. Was hat sie eigentlich so für Punkte angesammelt? 70. Boah, 190. Um da einen hochzumachen. Hm. Die hat zum Beispiel auch ganz stark Bogen geskillt. So. Ja, dann haben wir ja soweit alles... Ach ja, hier haben wir unseren Schrank. Hat mir noch nichts abgelegt irgendwie. Okay, also es sieht ja aus wie ein Kleiderschrank. Dann tun wir da mal diese Klamotten ablegen, die ich gerade nicht benutzen will, aber auch nicht verkaufen will. So. Hoch. So, die steckt gerade gar nicht im Kleiderschrank. Mit den anderen Charakteren bin ich in den Kleiderschrank gelaufen. Hä? Moment. Das war nicht der Kleiderschrank. Wie ich so teufel wird. Da. Ich will doch gerade sagen, das ist also... Hä? So. Und so das besondere Sachen können wir ja da reintun. Hier diese Brosche zum Beispiel. Ein Schwerk einbauen. Ja, Vorgrems Axt. Die werden nicht mehr benutzen momentan. Na klar. Ja. 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 Vielleicht klappt das ja besser mit dem weniger Umfallen, wenn ich die einfach ein bisschen Wunden resistenter mache. Natürlich haben die anderen viel mehr Lebenspunkte, aber... Naja. Mhm. Anpassungsfähigkeit. Folgt mir. Parade 10. Attacke 13. Amazone voraus. Lass das mal Vorgrem machen. Ist gar nicht so schlecht in den Werten. Aber wenn ihr Tipps da zu den Charakteren habt, dann haut die immer unten drunter. Ich werde die dann irgendwann noch umsetzen. Weil ich immer ein bisschen ratlos bin. Was ich hier mit welchem Charakter eigentlich brauche. Wie gesagt, meine Zauberin fällt immer um. Das ist auch nicht witzig. So, da kann ich glaube ich nur weit weg reisen. Dann müssen wir eigentlich jetzt nur zum Marktplatz runter. Und ich muss meinen ganzen Krempel mal wieder sortieren. Na, wo verkaufen wir den Kram? Hier beim Rüstungshändler vielleicht. Oder beim Waffenhändler hatte ich jetzt immer alles abgegeben. Da kann ich erstmal sortieren. Was da wohin kommt. Ich weiß nicht, ich kann es auch einfach verkaufen. So, ähm, was haben wir denn hier? Fellfelsen, Schlinkfalle, Mausefalle, Apfel, hartes Brötchen, Lederbänder, Sehnen, helles Pferdocker. Ja, ähm, erstmal nix. Wolfsrattenschwanz, Lederbänder, Sehnen, röstige Nägel, Apfel, Bolzen, Schere, Armbrust, Nüsse, Beil, Beil, Messer, Beil, Mausefalle. Reitschwert gucken wir nochmal. Aber ich glaube, keiner hat Schwert bei uns. Spielkarten. Sie gehen nägel, Krähenfüße, Fellfetzen. Schlingfalle, Lederbänder, Mausefalle. Wolfsrattenschwänze, viel zu viele. Pferdocker. Boah, haben wir viele Dukaten. So. Okay. Dann können wir jetzt nochmal ein bisschen sortieren. So, Haarnadel zu ihr. Das sind ja alles so alchemistische Sachen. Wir sollten eigentlich alle zu ihr hier, zu unserem Hauptcharakter. So. So. Ich versuche mein Bestes. Was hat denn noch Wolfsrattenschwanz? Ja. Ne, mit dem hat er nicht verkauft. Ja. Dann weiße Wolfsrattenschwanz noch verkaufen. So. Okay. Was zum Heiern, zum Schmieden Zeug. Alles, was so zu ihm gehört, das kommt da hin. Das trägt er ja nur für uns, damit wir das nicht selber tragen müssen, weil das viel zu schwer wäre. Was ist das? Was ist das? Salbenfett. Was braucht man das denn? Schleifstein, Kohle, Raunenpulver, Stahl. Muss gar nicht verkaufen. Hat wieder noch so ein Fellfetzen. Habe ich den übersehen hier. So. Weg damit. Kleinvieh macht auch Mist. So. Was hat sie jetzt? Das hat sie jetzt. Was hat er jetzt alles? Ein W plus vier. Ein W plus drei. Das kann ich auch noch verkaufen. Kann nämlich auch keiner was anfangen. Ich glaube mit dem Holz auch nicht. So. Ach, jetzt hat sie gar nicht so viel. Wie vorher. Weil vorher ist sie ja immer fast auseinandergeplatzt, weil sie so viel Zeug zu tragen hatte. Ah, die rostigen Nägel müssen aber nicht sein. So. Okay, das brauchen wir nicht. Alchemie. 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 Und Pulver ist zum Heilen. Okay. Alchemie. So, das Schwert wollte ich verkaufen. Und die rostigen Nägel.